So, hier hinten ist das Sissi-Café, wo es die Wiener Spezialitäten gibt, Kaffeespezialitäten gibt. Das ist hier hinten im hinteren Bereich und da kann man hier in diesen Lourdes wunderschön seinen Kaffee, sein Gebäck genießen und hat hier einen Ausblick auf diese künstlich angelegte Lagune, hier mitten im Club Magic Life Kalawi in Ägypten. Wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf www.fella.de schauen oder hier weitere Videos. Wenn ihr gefällt mir gibt, habt ihr den Kanal von uns abonniert und dann seht ihr alle anderen Videos vom Club Magic Life Kalawi, von anderen Hotels in Ägypten und von den ganzen Hotels weltweit.